Na, funktioniert es nicht? Die E-Autos. Und ich denke mir dann so, what? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Warum melde ich mich jetzt ganz kurz nur nochmal aus meinem Ioniq? Ja, das hat einen ganz einfachen Hintergrund und zwar, ich habe neulich erst ein wunderbares Gespräch mit einer guten alten Bekannten geführt und die hat mich auf eine Idee gebracht oder die hat mich selber irgendwie zum Nachdenken gebracht. Und das führt auch zu dem Titel des Videos, wo ich ja geschrieben habe, die Geister, die ich rief. So, warum heißt das Video die Geister, die ich rief? Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar hat diese gute Freundin gesagt, ja, hoffentlich verklopst du uns nicht, wir fahren ja noch einen Diesel-SUV und ich weiß ja wie, oder ich kriege ja mit, wie stark du im Bereich der E-Mobilität engagiert bist. Und dann habe ich ihr gesagt, Moment mal, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Naja, und du bist ja, du machst ja da so viel und so. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, mir ist das völlig buggy, was ihr macht und was ihr fahrt. Ja, ich kann dir nur sagen, wegen mir, also mir ist es völlig egal, ob ihr ein Erdgasfahrzeug, ein Diesel, ein Benziner oder gar, was weiß ich nicht, ein Zeppelin fahrt. Das ist, ich habe Spaß an der E-Mobilität und die möchte ich ganz gerne nach außen bringen und die möchte ich ganz gerne nach vorne bringen. Ich möchte die Leute ganz gerne informieren, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du machst doch da so viel und du machst da sogar YouTube und sowas. Das hat mich zu dem Gedanken gebracht zu sagen, ja, aber es ist ja so ein bisschen die Geister, die ich rief. Und was meine ich damit? Was meine ich mit die Geister, die ich rief? Naja, als ich mir mein E-Auto gekauft habe und ich habe es ja in dem einen Video schon mal erklärt, ich verlinke es mal unter dem i, wie ich dazu gekommen bin oder was die Gedankengänge waren, warum ich mir ein E-Auto gekauft habe und da habe ich ja geklärt, dass ich von niemandem infiziert wurde und auch niemanden infizieren wollte, sondern das war in erster Linie eine rein wirtschaftliche Entscheidung, ja. Und so habe ich mich dann halt eben für ein E-Auto entschieden und habe das dann gekauft und ich habe keine E-Mobilitätsberichte irgendwie geteilt oder irgendjemand penetriert, ihr schweige denn, dass ich überhaupt zu irgendjemandem hingegangen bin und gesagt habe, du, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto, ja. Überhaupt nicht. Gar nicht. Gar nicht. So wie wenn sich jeder andere normale Mensch auch ein Auto kauft. Ich habe mir das Auto gekauft, aber der ist ein normaler Mensch, ja. Also so wie ich das halt immer wieder mitkriege. Du erfährst nichts und dann an dem Tag der Übergabe wird ein Foto davon gemacht und auf Facebook geteilt und habe gesagt, hier, bin stolz, finde den total schick, finde den sexy. Das ist mein neuer Ioniq, das ist der neue Begleiter auf eine gute Zusammenarbeit. Tausendfach gesehen auf Facebook. Waren ganz viele Leute so, ja. Und anfangs war da noch, seitens aller bekannten Kollegen und Freunde, war da noch ein Interesse da so, wie funktioniert das, was ist das für ein Auto und kannst du mal was erzählen und so, ne. Aber das schlug schnell um in, du bist eine Minderheit, über dich können wir uns lustig machen, so. Und es war egal, ob Familie, Freunde oder Bekannte oder Kollegen. Ganz viele fingen dann plötzlich an mit so Sprüchen von wegen, na, fährst du noch oder lädst du schon? Oder, was weiß ich nicht, keine Ahnung, oder, na und, tun dir die Kinder auch ein bisschen leid? Also irgendwelche doofen Sprüche, ne. Ich hab's ja alle gehört und ich kann's euch sagen, ihr könnt's auch, diese ganzen Hater, die hier manchmal diese Videos gucken, ich weiß nicht, ob ihr sie überhaupt guckt, aber die unten in die Kommentare reinschreiben, ich kann euch nur eins sagen, ganz im Ernst, das ist vergebende Lebensmüh. Denn ihr kriegt eine Push-Nachricht und das Ding ist, innerhalb von 5 Sekunden ist die gelöscht. Und am besten, manchmal seid ihr sogar noch blockiert, ja. Das heißt also, klemmt's euch einfach. Ich weiß nicht, wie das Verbergen auf YouTube funktioniert, ob ihr dann noch weiter die Videos gucken könnt und kommentieren könnt, aber niemand sieht, was ihr kommentiert. Das wäre mir ja eine innere Herzensangelegenheit, weil dann arbeitet ihr euch ab an Hunderten von Kanälen, wo ihr überall schon verborgen gesetzt seid und ihr kriegtet gar nicht mit, dass eure Kommentare nie im öffentlichen Raum erscheinen. Aber egal, so, zurück zu dem Thema. Ja, dann ist man irgendwann genervt und so wie jede Gruppe, ob es nun Manta-Fahrer, GTI-Fahrer, BMW-Fahrer ist oder, was weiß ich nicht, irgendwelche Shopper-Fahrer, sucht man natürlich Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann. Und nachdem ich dann auf die Interessengemeinschaft aufmerksam geworden bin und nachdem immer weiter so ein bisschen belöffelt wurde von diversen Seiten, habe ich mich dann natürlich immer tiefer in dieses Thema hineingegraben und habe immer mehr Informationen gesammelt. Ich wollte nämlich fundiert und smart auf die verschiedenen Vorwürfe eingehen und wollte halt eben einfach darauf antworten können. So, und je tiefer ich darin eingedrungen bin, desto mehr habe ich gesehen, ah, da gibt es hier YouTube, dann gibt es Blogs, da gibt es dies, das, jenes, welches und irgendwann keimte der Gedanke, sich selber zu engagieren, selber Treffen zu organisieren, selber aktiver zu werden und wegen mir auch selber einen YouTube-Kanal zu machen, weil wir haben das Gefühl, wir haben einiges zu erzählen. Und dadurch, dass wir in so kurzer Zeit so viele Abonnenten bekommen haben, würde ich sagen, seht ihr das ähnlich, ja. Aber um Gottes Willen, ich will niemanden missionieren. Ich will niemanden irgendwie von irgendetwas überzeugen. Ich will einfach nur, dass die Leute richtig informiert sind. Und wenn sie richtig informiert sind, dann sollen sie selber ihre Entscheidung treffen. Sie sollen selber entscheiden, ob sie sich einen Verbrenner kaufen, einen Hybrid, einen Diesel, einen Erdgasfahrzeug, einen Zeppelin oder halt ein Elektroauto. Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich möchte nur, dass die wahren, die richtigen Informationen bei den Leuten ankommen und in diesem Zusammenhang, deswegen mache ich das alles hier. Und für was sich dann der einzelne Mensch entscheidet, das ist ganz allein seine Sache und das muss er mit seinem eigenen Gewissen ausmachen. Gegebenenfalls vielleicht mit seinen Kindern irgendwann. Aber da will ich nicht zu tief in die Materie gehen. Am Ende des Tages ist es mir egal, was meine Bekannten fahren. Mein Wunsch wäre es natürlich, wenn möglichst viele elektrisch fahren. Aber da kommen wir jetzt endlich, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir kommen auf den Titel des Videos, die Geister, die ich rief. Denn viele Verbrennerfahrer, auch Kommentatoren unter den Videos, werfen uns immer missionarisches Verhalten vor. Wo ich sage, missionarisch ist es ja, wenn ich mit meinen Videos, die laufen live auf irgendeinem Video und ich gehe lauthals in irgendein Haus rein und sage, seht her, seht her und fahre Elektroautos. Aber dem ist ja nicht so. Sondern ich muss ja bei YouTube wirklich aktiv danach suchen. Oder wenn es mir vorgeschlagen wird in meinem Newsfeed, dann muss ich ja aktiv auf so ein Video draufklicken, um mir das anzugucken. Das heißt also, wir sind, weiß Gott, nicht missionarisch unterwegs. Und das führt mich eben zu dem Punkt, und ich sage, wenn euch das auf den Sack geht, dass wir Elektromobilisten stolz auf das sind, was wir machen und dass wir gerne YouTube-Videos machen und dass wir uns gerne treffen und gerne Treffen organisieren und was weiß ich nicht alles, ja, dann gebe ich euch einen Tipp. Wenn ihr einen Elektrofahrer in eurer Bekanntenkreis habt, zieht den nicht permanent auf. Versucht euch nicht über ihn zu stellen, euch über ihn lustig zu machen oder ähnliches. Denn genau das ist das Verhalten, was mich dazu getrieben hat, mich immer weiter zu engagieren. Immer noch detaillierter nach den Infos zu suchen, nach den Links, nach noch leichter verdaulichen Informationen. Und weil ich gesagt habe, okay, diese ewig lang Texte liest keiner, dann machst du halt selber YouTube-Videos. Das sind die Gründe. Und deswegen die Geister, die ich rief. Das heißt also, jeder, der sich darüber beschwert, dass Elektromobilisten so sind, wie sie sind, dass sie das eben nach außen proklamieren und so nach außen tragen, der sollte vielleicht selber mal überlegen, wie er auf den einen oder anderen Elektromobilisten gewirkt hat, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er in irgendwelchen sozialen Medien argumentiert hat und sollte überlegen, ob er nicht vielleicht selber so ein Stück weit mit dafür verantwortlich ist. Lustiger Funfact. Eine Sache, ich stand an der Tanke, an dieser Star-Tanke und wollte diesen Lader checken, ob der für mich ja funktioniert und genau da lief halt jemand an mir vorbei. Ich hatte mit diesem Menschen nichts zu tun. Der hat sich nur eine Waschmarke geholt für sein Auto, was er an der Waschstraße waschen wollte. Und läuft einfach nur an mir vorbei und sagte, na, funktioniert's nicht? Die E-Autos. Und er denkt mir dann so, what? Mit diesem Satz endet dieses wunderschöne kurze Video und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick in meine Denkweise geben und ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Wie seht ihr das? Was hat euch zur E-Mobilität gebracht? Was begeistert euch an der E-Mobilität? Warum habt ihr diesen Kanal abonniert? Und wie reagiert ihr auf andere Leute oder auf so dumme Sprüche? Schreibt es uns hinten in die Kommentare. Wir kommentieren gerne mit euch zusammen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und natürlich, klar, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt und Glocke drücken. In diesem Sinne, ich gehe jetzt da rein zum Stammtisch. Bis dann. Ciao.